Hallo, mein Name ist Katrin Lorenz. Ich bin Mitarbeiterin der Firma Mitvox. Wir sind aus Berlin und Dienstleister für Verlage und Buchhändler. Wir erstellen digitale Buchpräsentationen, die dafür genutzt werden, das gedruckte Buch zu bewerben. Das geht speziell im Online-Buchhandelbereich, aber auch ganz neu, direkt für den stationären Sortimenter. Dafür haben wir unser Touch Me entwickelt. Das ist ein virtuelles Buchregal, das Titel zu 100% enthält. Das heißt, dem physisch vorhandenen Buch in der Buchhandlung in nichts nachsteht. Im Gegenteil, man bekommt über das Gerät den gleichen Eindruck des Buches vermittelt. Man kann durch die Seiten blättern, man kann in die Seiten reingehen, man kann sie lesen. Einfach, um das Buch kennenzulernen, kann sich da für zwei, drei Titel entscheiden, die dem Thema am nächsten kommen, kann sich auch selber darüber informieren, ohne jetzt mit den Buchhändlern direkt reden zu müssen, kann sich diese Informationen, die beschreibend über das Buch sind, via E-Mail nach Hause senden, um dann von dort aus einfach nochmal zu testen, welches der von mir drei ausgewählten Titel ist das, was mich am meisten interessiert, welches möchte ich kaufen, das dann über den Online-Shop des Buchhändlers bestellen und somit innerhalb von zwei Tagen dann das gedruckte Exemplar zu Hause zu haben.